Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Niklas Tauer ist für die 6er Position gekommen. Florian Flick hat unsere 6er Position verlassen. Und da haben sich vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Fans gefragt, warum hat Schalke diesen Tausch, wenn man ihn so nennen will, gemacht? Was unterscheidet Tauer von Flick? Warum soll er uns mehr sportliche Qualität bringen? Schließlich sind beide im zentralen Mittelfeld zu Hause, sind auch gleich alt und vor allen Dingen kennt ja auch schon Flick bereits unsere Mannschaft. Und genau über das Thema wurde auch gestern nochmal gesprochen und ich denke mal, damit sollte mittlerweile auch dann jedem klar sein, warum Schalke sich so entschieden hat. Wir tauschen Flick mit Niklas Tauer gegen einen Spieler, der in relevanten Daten noch ein bisschen besser ist. Da geht es um Themen wie Geschwindigkeit und Kopfballspiel. Sprich, Peter Knebel hat hiermit erklärt, dass man einfach vom Spielertypen Tauer Stand jetzt etwas mehr überzeugt ist, dass dieser einfach Schalke als Abräumer, als Defensivspezialist nochmal ein Ticken mehr geben kann. Zudem ist natürlich auch die Vielseitigkeit des 21-Jährigen interessant, denn auch in der Innenverteidigung und als Rechtsverteidiger gilt er für Thomas Reis als Alternative, auch wenn ihn unser Trainer ganz klar auch grundsätzlich als Sechser sieht. Zudem geht es aber auch einfach darum, Florian Flick Spielpraxis zu geben, die er einfach bei Schalke, vor allem unter Reis, gar nicht mehr bekommen hat. Und beim ersten Hälften Nürnberg gibt es für ihn ein Klub in Liga 2, in dem er Stammspieleraussichten hat. So hat es Peter Knebel formuliert. Und bei der Geschichte geht es auch um das Thema Kaderwert, über das er Peter Knebel immer wieder spricht. Und daran hätte sich für Flick eben aufgrund der sportlichen Perspektive nicht wirklich viel verändert. Das bedeutet für uns, dass wir Werteverluste bei Florian Flick befürchten müssen. Und dieses Szenario will eben Schalke vermeiden. Dann lieber Florian Flick in die zweite Liga verleihen, wo es ohnehin einen großen Markt für die Sechserposition gab und dann eben den Spieler bei Nürnberg entwickeln lassen, die ihn ja auch schon sehr, sehr lange auf dem Zettel haben. Die Nürnberger kennen den Spieler wirklich und haben sich riesig um ihn bemüht. Und von sich hat Knebel, dass es für die Entwicklung von Flick auf jeden Fall ein guter Schritt sein kann. Und weil man eben dann die Chance hat, im Sommer bei Flick nochmal neu zu entscheiden, hat man eben sich jetzt für Niklas Tauer entschieden. Auch wenn es ein Deal ist, ohne Kaufoption hat man jetzt dort einen Spielertypen, den man gerne haben wollte für anderthalb Jahre. Und parallel kann sich Florian Flick bei Nürnberg ganz in Ruhe weiterentwickeln. Eure Meinung dazu? Mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao. Und Glück auf an alle Schalker.